Hallo ESK, sei gegrüßt und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich dir heute mein neues Programm FIT35, das am 7. Oktober 2016 erscheinen wird, vorstellen möchte. In dem Programm geht es darum, mit nur maximal 28 Minuten und das dreimal in der Woche wahnsinnige, großartige Fortschritte zu erzielen und zwar mit dem Cardio-Kraft-Mix. Wenn du mich kennst, weißt du, dass ich alle meine Videos danach ausrichte, immer in diesem Wechsel zu trainieren. Eine Cardio-Einheit, eine Kraft-Einheit, eine Cardio-Einheit, zwei Kraft-Einheiten und genau darum geht es bei FIT35. Wir trainieren Cardio-Kraft im Wechsel, maximal 28 Minuten pro Workout. Das natürlich auf den ganzen Körper, verschiedene Körperteile und das Gute daran ist, dass egal ob du Anfänger, fit oder super fit bist, jeder kann dieses Workout absolvieren. Denn was sich ändert, ist die Trainingszeit. Das heißt, eine Anfängerin würde die Übungen 21 bis 28 Sekunden lang machen, mit einer kleinen längeren Pause dazwischen und dann die nächste Übung. Es sind immer sieben Übungen und davon dann zwei Runden. Eine FITTE würde 28 Sekunden pro Übung absolvieren und davon dann zwei bis vier Runden. Und eine super FITTE macht 35 Sekunden definitiv vier Runden davon und könnte sogar steigern. Also anstatt 35 Sekunden 42 oder 49 oder sogar eine Minute zu machen. Ja, das ist das Gute. Es ist die gleichen Übungen, aber dadurch, dass wir klein anfangen können, kannst du dich langsam steigern. Und du kannst selbst deine Erfolge sehen. Und das ist was, was wirklich jedem gut tut. Ja, nicht immer gleich großartig anfangen, sondern wirklich die Erfolge auch zu sehen. Und wow, das fällt mir diese Woche schon viel, viel leichter. Insgesamt wird es 14 Videos geben und ich gebe dir heute einen kleinen Einblick und höre jetzt auch auf zu reden, denn du weißt, ich bewege mich lieber, ich mache lieber Sport, ich trainiere lieber, anstatt hier stundenlang vor der Kamera. Einfach nur zu erzählen. Ja, ich würde mich freuen, wenn du jetzt gleich mitmachst. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Zugucken und ich stelle meinen Timer und dann geht's auch los. Und zwar beginnen wir mit Öffnen, Schließen im hohen Brett, den sogenannten Black Brinkjacks, Hochsbrettposition und auf geht's. Öffnen, schließen, öffnen, schließen. Ja, absetzen. Kurze Pause, geht gleich weiter in Rückenlage mit Crisscross. Hände an den Nacken, ein Knie zur Brust, anderes Bein dann, Oberkörper heben und es geht los. Schön gleichmäßig atmen. Letztes Mal und es geht weiter mit den Frontkicks im Stand. Schön aufrecht, immer 14 Sekunden Pause gerade dazwischen. Ich habe so ein Mittelstufeprogramm genommen und dann geht das rechte Bein vor und links. Schön hoch. Als möchtest du jemanden in der Nase treffen. Letztes Mal. Ja, aber lockere dich ein bisschen auf und es geht wieder in Rückenlage weiter mit dem Boxercrunch. Nimmst die Arme nach hinten, aktivierst die Körpermitte und dann hebst du die Arme, ziehst die Knie rein und streckst alles lang. Und selbst hierfür gibt es Modifikationen, indem du sagst, ich kann aber nur so hoch und ich stelle auf. Diese Modifikationen, die siehst du dann auch im Fit 35. Und letztes Mal. Jawohl. Wieder nach oben kommen. Dann gehen wir in die Side-Lunges mit einem Hopp. Schritt zur Seite. Schritt zur Seite. Schritt zur Seite. Schön tief. Ja, ein kleiner Hopp in der Mitte. Das ist jetzt so eine schöne Mischung aus Bein- und Bauchworkout. Letztes Mal. Ja, aber lockere dich wieder auf. Und dann geht es in die White High Knees. High Knee kennen wir. Und das ist jetzt schön gegrätscht. Und richtig schön hochziehen. Und selbst hiervon gibt es eine Modifikation, indem wir das einfach langsam hochziehen. Letztes Mal. Jawohl. Und abschütteln. Und dann gibt es zum Schluss noch den Bergsteiger. Und zwar langsam. Zieh rechts vor und links vor. Kardio hatten wir gerade. Jetzt kommt wieder Kraft. Schön ranziehen. Und letztes Mal. Jawohl. Ja, jetzt hattest du mal einen kurzen Einblick in mein neues Programm, Fit 35. Noch ein bisschen Geduld, bis es erscheinen wird. Aber wie gesagt, für Anfänger, für Fitte, für Superfitte. Absolut geeignet. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier ist Kay. Also. Sag's. Untertitelung des ZDF, 2020